So einen wunderschönen guten Morgen, ich begrüße alle ganz herzlich zum Guten Morgen Börse hier gemeinsam mit XTB. Es ist Freitag, der 14. Juli 2023 und gemeinsam wollen wir einen Blick werfen heute auf Ripple. Ripple gestern, also normalerweise Ripple überhaupt kein Thema, ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht tradingtechnisch, ob sich das so eignet, aber die Auswirkungen auf den Kryptomarkt als Ganzes, die könnten schon ganz schön exorbitant spektakulär sein, ehrlich gesagt, was wir gestern zu hören bekommen haben, gesehen bekommen haben, kurz vor 18 Uhr, mitteleuropäischer Sommerzeit. Machte nämlich die Ankündigung die Runde, bzw. die News die Runde, dass es ein Urteil gibt im Hinblick auf den jahrelangen Rechtsstreit und dass Ripple nicht als Wertpapier einzuordnen ist. Da gab es eine Klage, entsprechend seitens der SEC und das hat natürlich dazu geführt, dass es einen richtigen Schwall an positiven Impulsen im Kryptobereich insgesamt gab, ganz besonders natürlich an jenen, denen immer so dieser Makel anhaftete, im Hinblick auf eben die Einordnung als Wertpapier und somit eigentlich gar nicht offiziell eine Zulassung zu haben für den Handelsplatz, ganz besonders für den Handel in den USA. Und das ist jetzt ad acta grade, zumindestens mal für Privatanleger, um es mal ganz grob zusammenzufassen, Institutionelle sind davon wohl ausgenommen, da werden wir gleich noch ein bisschen detaillierter drauf schauen. Parallel dazu natürlich eine Kryptobörse wie Coinbase, die eine ähnliche Klage gesehen hat, angeblich Finanzprodukte anbietet, wofür sie keine Zulassung erfährt, deswegen die SEC geklagt hat. Wir erinnern uns daran, das war Anfang Juni der Fall und hat infolgedessen Aufschläge gesehen von 25% auf der Oberseite. Aber grundsätzlich wollen wir unseren Blick vor allem heute erstmal werfen oder legen auf Bitcoin ganz besonders und die Auswirkungen insgesamt, weil auch Bitcoin ja vor einem potenziellen bullischen Breakout stehen könnte. Bevor wir ganz offiziell starten, natürlich aber erstmal der Blick auf den Risikohinweis. Devisien und CFD sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet und gehen mit dem hohen Risiko anher, schnell Geld zu verlieren. Sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle mal bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lasse ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Lade sich dann auf xdb.com.de kostenlos eine Demo herunter, teste dann das Risiko frei und schaue, ob der Handel mit diesem Produkt und ausgehend vom persönlichen Risikoprofil mit dem Produktcharakter, das ist sogar die FX-CFD-Produkten in der Wohnen, korrespondiert. Sofern man das für sich mit Ja beantworten kann, hat man natürlich auch die Möglichkeit, einen Live-Konsort zu eröffnen. Alle Informationen diesbezüglich finden sich auf xdb.com.de. Darüber hinausgehend natürlich auch gerne die Möglichkeit nutzen, einmal den Kundensupport zu kontaktieren, falls Fragen zu xdb als Broker bestehen sollten, falls Fragen zur Handelsstation bestehen sollten, zur xStation oder dergleichen. Wie gesagt, xdb und deren Support steht euch dort mit Rat und Rat zur Verfügung. Darüber hinausgehend in eigener Sache der Hinweis, nichts, was ich hier präsentiere, ist eine Anlageempfehlung oder bisher als solche auch nicht misszuverstehen. Es handelt sich um ein rein edukatives, informatives Event. Das heißt, ich präsentiere hier meine Gedanken und ausgehend hiervon meine skizzierte Sicht auf die Dinge bzw. Gameplans, die ihr dann für euer Trading nutzen könnt. Und ausgehend hiervon, wie gesagt, bitte nichts als Anlageempfehlung oder Anlageempfehlung verstehen, sondern alle Trades, die basierend auf den Gedanken meinerseits eingegangen werden, sind eben in Eigenregie bzw. in eigenem Risiko einzugehen. Besser CFD Broker des Jahres 2023, xdb. Die Gründe, die dafür geführt haben, die finden sich hier in der Mitte einmal aufgelistet und natürlich drüber hinausgehend auf der Webseite. Wer die Zeit, die Lust, die Muße hat, gerne auch jetzt beim Brokervergleich für die Online Brokerwahl 2023 für xdb abstimmen. Es gibt tolle Preise, die verlost werden, also gerne hier einmal den QR-Code scannen bzw. einmal auf die URL klicken. Die xStation, die habe ich gerade eben schon erwähnt, sicherlich einer der Gründe, warum xdb den jüngsten Preis eingeheimst hat und auch eine gute Chance haben dürfte, den nächsten Preis einzuheimsen. Und genau in diese schauen wir jetzt und wir haben hier einmal den Ripple-Kurs. Einmal mit der Ausgangsreaktion auf diese News, auf diese, auf 5-Minuten-Basis dann, diese stark bullische Reaktion, die wir hier zu sehen bekommen haben. Ausgangsniveau kann man hier erkennen, ungefähr 47, 46, 47 Cent, Pi mal Daumen, toppt er dann aus, nahezu verdoppelt der Kurs innerhalb von wenigen Handelsminuten, also 17.30, 17.20 ungefähr die News und dann haben wir eben 3 Stunden später nahezu eine Verdoppelung. Kommt jetzt leicht rein, wir konsolidieren seitwärts. Nochmal, ich habe Ripple noch nie getradet und ich gehe auch nicht davon aus, dass ich Ripple traden würde im derzeitigen Umfeld. Mein Fokus liegt da hauptsächlich auf US-Equities, ich würde das wahrscheinlich in Coinbase nochmal spielen. Da lassen sich auch tolle Trades übrigens jetzt reverse-engineeren, wie man auf eine Breaking News, und das ist eine klassische Breaking News, wie man zum Beispiel Skype-Trades aufsetzen könnte, aber unser Fokus, der soll hier, wie gesagt, ganz besonders auf Bitcoin liegen. Wer Ripple aktuell auf dem Schirm hat, infolge dieser News, dem sei eventuell gesagt, du möchtest in dieser derzeitigen Konsolidierung ungerne dich long positioniert haben. Die finale Bestätigung, dass es weiter auf der Oberseite geht, dann allerdings auch mit erheblich Potenzial, wie wir gleich sehen werden, wäre meiner Einschätzung nach, wenn wir über dieses extrem hoch, dieses ausgebildete Hoch hier von gestern laufen, verlaufend um 92, 93 Cent ungefähr. Sofern es gelingt, diesen Break auf den Weg zu bringen, ist zum einen damit zu rechnen, dass wir schnell, zügig, bolisches Momentum aufnehmen und vor allem auch, was wir hier erkennen können, auf Tagesbasis, wir können für den Ripple-Chart erkennen, dass wir in diese Gefilde um ungefähr 90, 92 Cent schon einmal in der jüngeren Vergangenheit gelaufen waren. Das ist eine Widerstandsregion, die sich dort im Jahr Ende 2021 bzw. Anfang 2022 herauskristallisiert hat. Also auch aus der Perspektive ein potenzielles Action-Level aus den übergeordneten Zeitebenen und oberhalb sicherlich psychologisch erstes Ziel 1 Dollar bzw. darüber hinausgehend wäre aber auch nicht auszuschließen, dass wir dann in den Folgetagen in Ripple weiteres Momentum aufnehmen, welches uns hier in Richtung dieser Konsolidierungsoße aus der Mitte des Jahres 2021 führt. Das verlaufen ungefähr um 1,20, 1,25, vielleicht 1,30 und das sind natürlich enorme Aufschläge, die da eventuell sich noch zeigen könnten von 20, 25, 30 Prozent ungehebelt auf der Oberseite und ausgehend von der auch Price-Action hier eventuelle Momentum-Plays, die dort dann eventuell interessant werden könnten. Nochmal, Ripple aber nicht mein Haupthandelsvehikel, weil zu leicht zum einen, also preislich betrachtet zu leicht und zum anderen eben auch keine Information. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht schwierig ist im Hinblick auf die Marktbreite, die Markttiefe, dass eventuell hauptsächlich Bitcoin interessant werden könnte, wo sich die Kurskonstellation aber sehr ähnlich darstellt. Ich möchte ganz kurz vielleicht einmal auf den Artikel gehen. Hier im BTC Echo ist es an der Stelle, der das ganz kurz zu Gemüte führt, damit man auch eine Idee hat, eine Anlaufstelle, wo man weitere Informationen findet und worum es hier eigentlich hauptsächlich geht. Auch vor allem, warum eine Kryptobörse wie Coinbase auf der Oberseite zu steigern und warum das auch Nachwehen haben könnte, positiver Natur und warum man sich derzeit vorsehen sollte, glaube ich, Krypto von der Short-Seite zu traden. Neben dem insgesamt sich aufhellenden Bild oder beziehungsweise auch den jüngsten bärischen News, Binance erinnern wir uns dran, zum Beispiel verklagt von der SEC, Coinbase selbst verklagt von der SEC, Coinbase ganz besonders im Hinblick auf angeblich angebotene Finanzprodukte, für die man keine Zulassung haben sollte. Da könnte Ripple jetzt ganz besonders der potenzielle bullische Treiber sein, der gestern in der Aktie dazu führte, dass wir 25% zugelegt haben übrigens. Und wir haben dennoch keinen Ausverkauf gesehen, sondern relativ moderat darauf reagiert. Dann die positive News, BlackRock mit der Ankündigung eines Bitcoin ETFs. Dann kommt wiederum ein paar Tage später die Ankündigung im Hinblick auf die SEC, die sagt, das sind unzureichende Dokumente, die eingereicht worden sind und so weiter. Der Flush, der kurzzeitig stattfindet, wird sofort zurückgekauft. Also eigentlich bärische News, die aber sofort positiv interpretiert wird oder beziehungsweise nicht bärisch weiterverarbeitet wird. Das sind alles schon starke Zeichen gewesen. Und wie gesagt, jetzt kommt diese Ripple-News, die noch obendrauf sich setzt im übertragenen Sinne. Schallende Ohrfeige, will ich es nicht bezeichnen, aber zumindestens mal eine klare Ansage an die SEC an der Stelle. Die Wertpapieraufsicht hatte ja diesbezüglich geklagt gehabt, gesagt, Ripple ist ein Wertpapier, so einzuordnen. Was natürlich entsprechend erstmal die Frage aufhift, darf man Ripple übertraden? Vor dem Hintergrund, dass es keine Zulassung als Wertpapier hat, an einer Kryptobörse dann beispielsweise. Oder müsste das nicht eigentlich dann verboten werden an dieser Stelle? Und jetzt hat eben ein Gericht geurteilt, Ripple ist kein Wertpapier. Die Gründe, die dazu geführt haben und so weiter, die Details damit wollen wir uns jetzt hier gar nicht weiter beschäftigen. Fakt ist auf jeden Fall einmal, es gibt eine Differenzation. Also das bedeutet, wir haben Retail-Trader, für die das kein Wertpapier ist, institutionelle hier, da steht es, institutionelle Verkäufe von Ripple als unregistrierte Wertpapier-Papier, was auch nochmal einen zusätzlichen Hype für Ripple insgesamt vielleicht bedeuten könnte, weil man ja immer dieses Mitschwingen hat, dass man sagt, oh guck mal, manipuliert durch institutionelle und dergleichen. Sei es drum, Fakt ist auf jeden Fall einmal, das hat eine stark bolische Reaktion nach sich gezogen, die auf den gesamten Kryptobereich sich ausgewirkt hat. Und wir hatten im Hinblick auf Bitcoin jetzt schon seit geraumer Zeit, folgend auf diese BlackRock-Bitcoin-ETF-Geschichte, diesen stark bolischen Drive, und ich hatte in dem Zusammenhang die 31.500er-Region hier zum Thema gemacht, schon seit geraumer Zeit, in diversen Analysen, die man auch auf XTB zum Beispiel lesen kann. Und da haben wir gestern einen kurzen Stich reingesehen. Was mir nicht gefällt, ist, dass wir kein Walkthrough gesehen haben. Da muss man allerdings wiederum sagen, Bitcoin ist auch jetzt eventuell von dieser News ein bisschen unbeteiligt, weil so wirklich als Wertpapier wurde Bitcoin noch nie eingeordnet, beziehungsweise das ist kein Vorwurf, den man Bitcoin macht. Ganz im Gegenteil, es gibt diverse Zentralbanker, die sogar Bitcoin-Charakteristika von Geld zuschreiben, also von realem, von echtem Geld, als Zahlungsmittel zuschreiben. Und demnach ist das nur ein kurzer Spike eventuell gewesen. Aber wir haben eine Linie im Sand auf der Oberseite, auch hier, wie in Ripple jetzt, an der wir uns orientieren können. Die 31.500 war das Breakout-Level stark bullish, wäre meiner Einschätzung nach jetzt ein Bruch über die gestrigen Übertreibungshochs, die um 31.800 Dollar erfolgten, oder wenn die kämen, sollten wir solch einen Break zu sehen bekommen. Dann wird es interessant, weil, damit haben wir jetzt ein ganz klar, sauberes, definiertes Setup. Wir haben hier eine klare Region, gegen die wir riskieren. Wir haben einen bullischen Treiberpotenzial. 31.800, eventuell findet sich der eine oder andere jetzt schon durch den Break über die 31.500 in einem Longtrade wieder. Der Stop liegt um 29.500 Dollar. Darunter willst du Bitcoin nicht fallen sehen. Solange wir oberhalb halten, ist der bullische Breakout weiter ein ernstzunehmendes Thema. Und sollte er dann stattfinden, liegt ein projiziertes Kursziel hier auf der Oberseite. Aus dieser Konstellation, Leg Up, Konsolidierung, projiziertes Kursziel, also sogenannte Measured Move, auf der Oberseite liegt ungefähr ein Gefilden um 35.000, 36.000 Dollar. Also so komme ich tatsächlich auch auf diese Ziele auf der Oberseite, die ich gestern bei Twitter eingestellt habe, folgende auf diese News. Also nur wer sich gewundert hat, ich hatte keinen Chart dazu gestellt. Hier kann man das jetzt nochmal visualisiert entsprechend sehen. Also, stark bullische News insgesamt für den Kryptosektor. Gucken wir mal, ob Bitcoin an der Stelle einen Break höher über diese News von Ripple zu sehen bekommt. Diese Ripple News, so nennen wir sie jetzt mal. Falls ja, ist das meiner Einschätzung nach ein stark bullischer Katalysator, der weiter Aufwärtspotenzial bis 35.000, 36.000 Dollar auf den Weg bringen könnte. Soweit meinerseits. Schönes Wochenende. Happy Trading. Wir hören uns nächste Woche wieder. Habt euch wohl. Bis dann. Und tschüss.